Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 vom wunderschönen AR-Clan und wir spielen heute mal Call of Duty Modern, äh was ist alles sehliche, Black Ops 2 ist angesagt, wir nehmen die MP7 mit, die 5-7 als Perks, Gleichgewicht, Zähigkeit und Gewandtheit, Granate und Granate mal 2 und legen gleich mal los, ach ist das nicht eine schöne Map, also, Abschlussfreigabe, haben wir wirklich, oh je, oh je, also, das hier sieht nicht gerade ungefährlich aus, hier, ups, ich kann es einfach nicht lassen, ah, da kommt man durch, oh, hey, ihr seht schon richtig modern hier in Black Ops 2 hier, oh je, was ist das hier, was ist das, ja, ihr seht schon, das hier ist alles Hightech hier, ja, das gibt es ja eigentlich heute schon, eigentlich muss man sagen, ja, oh je, das sieht ja ganz gefährlich aus, hier, oh je, Skorpion, ja, auf jeden Fall kommt ich hier durch, das sieht man schon gut aus, hier, oh, wen haben wir denn da, wen haben wir denn da, 50 Punkte, aus hier hab ich mitgekommen, ja, wunderbar, so, was ist das hier, ups, sorry, sorry, weil ich gar nicht, ja, irgendwie sind die Maps größer geworden, finde ich, ja, die Maps sind größer, so, da hinten haben wir einen Bunker, ja, da wollte ich jetzt gerade mal hin, da wollte ich jetzt gerade mal hin, aber, ja, war es leider schon zu spät, so, folgen wir mal an den Typen da, haben wir da 5-7, oh, das ist schönes Gaming-Geräusch, oh, was haben wir jetzt hier, die P-U-W-57, ja, die geht natürlich auch ab, die Schmitz-Katze, Leute, so, wow, was ist das hier, was ist das, ja, ich glaube, das ist einfach mal, hier, und spring mal da runter, und greift gleich an, hier, Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui nur mal größer hier. Auf jeden Fall hier. Ah, das Waffengeräusch hat sich einfach besser anwendig. Ups. Ja, ich hätte mich lieber auf die Map konzentrieren sollen, aber das hätte ich leider nicht gemacht, man. Ah, da kann man nichts machen. So, Granate fliegen hier auch schon rum. Oh je, Granaten. Ja, ich habe sogar noch ein bisschen den Zombie-Modus angespielt. Meine Fresse, sage ich euch. Also, bis die Zombies tot sind, ich weiß nicht. Aber das dauert schon lange hier. In Black Ops 2, äh, Black Ops 1 war es natürlich deutlich einfacher, die Zombies zu töten. Ja, in Deutschland ist das Spiel übrigens 100% ankert. Also, ihr könnt ruhig das Spiel hier in Deutschland kaufen, ist kein Problem. So, jetzt werde ich hier nochmal hier gewohnen, oder? Oh, Jesus, guck euch ja dann. Ja, ab 10, ab Level 10 bekomme ich Clantech, Alter. Da mache ich erstmal AR-Clan rein, hier. Oh, ich lasche mal nochmal Granate hoch. Oh je. Hey. Komm. Yeah. Ja, ist erledigt, Alter. Ja, das war es eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom auf der PS3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. See you later. Alle Gäder. Ciao.